Herzlich Willkommen zu Schwarzhoch News und Sportfreunde TV. Wir haben heute Bilder und Videos vom 14 Spieltag gegen Ischpringen. Alles in allem war es ein hartes Spiel und harte Zweikämpfe. Doch dennoch haben wir verdient gewonnen mit 5 zu 2. Wir freuen uns auf die nächste Partie und hoffen auch da wieder mit einigen Punkten nach Hause fahren zu können. Mit diesen Bildern verabschiedet sich Sportfreunde TV für diesen Spieltag und wünscht noch einen schönen Sonntag. Zurück Da ist es ein fachliches Spieltag. Er ist ein schönes Spieltag. Vielen Dank.